Jo, was geht? Und willkommen zu dem Slash Always Stay Command. Und ja, den können wir eigentlich auch direkt in zwei verschiedenen Arten ausführen. Ja, wir brauchen eigentlich wieder Operator und wie immer die Teats aktivieren. Diese befinden sich hier unten. Und da hätten wir dann auch schon das, was wir brauchen. Die Immer-Tageinstellung. Wir können diese entweder aktivieren oder deaktivieren, indem wir entweder hier drauf drücken oder hier. Eigentlich vollkommen egal. Ja, jetzt gerade ist Immer-Tag aktiviert. Das heißt, wir können jetzt die Uhrzeit gerade nicht verändern. Sondern wir müssen zuerst wieder in die Einstellungen reingehen. Und dann Immer-Tag ausschalten. Oder halt die andere Leiste einschalten. Weil dann können wir jetzt wiederum die Uhrzeit verändern. Ja. Gut, das Ganze geht jetzt auch mit dem Always-Day Command. Und zwar indem wir hier einfach True oder False reinschreiben. Ja, True steht hierbei für aktivieren und False für deaktivieren. Man sieht es gerade jetzt nicht wirklich, weil es so regnet. Ich glaube, das verändern wir auch mal kurz. So, wir warten ein paar Sekunden. Und jawohl. Also, Immer-Tag ist gerade aktiviert. Und ja. Wir können jetzt die Uhrzeit auch gar nicht mehr verändern. Sondern wir müssen erst wieder eingeben. Slash Always-Day. Und jetzt dann auf False. Dann deaktivieren wir das Ganze. Und dann können wir die Uhrzeit jetzt wieder verändern. Ja, das war das ganze Video. Ihr wisst jetzt, wie ihr entweder mit einem Command die Uhrzeit verändern könnt. Oder ganz normal halt in den Einstellungen. Könnt ihr euch aussuchen. Macht keinen Unterschied. Ja, von dem her. Bis zum nächsten Video. Ja.